Mein Name ist Kevin Königke und ich verzaubere heute Patrick Heizmann. Ich rufe ihn mal eben an, ob er schon bereit ist, ob wir hochkommen können. Kleinen Moment. Moin Patrick, Kevin hier. Können wir hochkommen? Ja klar Kevin, komm raus. Ja super, dann bis gleich, ciao. Perfekt, wir können loslegen und ich würde sagen, ihr seid dabei, kommt mal mit. Neben mir steht Patrick Heizmann. Und hier Zauberkünstler Kevin Königke. Sehr gut, Patrick, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ich würde dir gerne etwas zeigen und zwar habe ich ein Puzzle mitgebracht. Puzzle ist toll. Ein Puzzle mit Zucker. 3D-Puzzle. Das ist ein 3D-Puzzle und zwar hat das genau 7.636 Teile. Deshalb sah man uns in der 10er Nacht, ob wir wissen, ob das Puzzle vollständig ist. Aufmachen? Ja, bitte aufmachen und einmal auch in die Kamera zeigen und mal gucken. Genau, nur nicht ausschütten, aber... Nicht ausschütten? Nicht ausschütten, genau. Okay. Guck mal einmal nach, ist das... Ist okay, oder? Moment, da fehlen zwei Teile. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Ich habe einen guten Blick. Ich zeige dir was, und zwar wir nehmen den Zucker, Achtung, in meine Faust. Genau. Da kommt nichts. Da kommt nichts. Die Verpackung brauchen wir nicht mehr. Wenn wir jetzt einmal pusten, Achtung, uns konzentrieren, mach mal eine magische Bewegung, dann ist das Puzzle gelöst. Du bist aber gut im Puzzle, nicht schlecht, ne? Großartig. Das ist schon nicht schlecht, oder? Dafür hast du Zucker lieb verdient. Das ist super. Dynamologie. Das ist sehr gut, echt gut. In deinen Shows erzählst du ja wahrscheinlich, wie man Kohlenhydrate und Zucker verbrennen, ne? Ja. Unter anderem. Unter anderem. Unter anderem. Ein Bruchteil. Ein Bruchteil. Das war einer von 7365 Teilen. Genau, und es gibt noch eine andere Art und Weise, Zucker zu verbrennen. Okay. Okay, die ist ein bisschen magischer, die würde ich dir gerne einmal kurz präsentieren. Achtung, wir nehmen den Zuckerwürfel, Achtung, und jetzt verbrennen wir den einfach, Achtung, mit ein bisschen Feuer. Weg. Das ist ja cool. Kann man so auch Fett verbrennen? Ja, muss man nur ranhalten. Großartig, sehr gut. Hat es dir Spaß gemacht? Super. Super, kurz, aber magisch. Aber klasse, gut gemacht. Vielen Dank. Sehr gerne. Patrick Heizmann. Und viel Spaß bei der Show. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne.